Also Leute, ich hab jetzt den Villager, ich kann ihn mit zwei Hits umbringen. Halt's Maul, was hast du? Petit, komm mal runter jetzt, komm mal runter. So, jetzt zuschlagen, jetzt zuschlagen, 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 zuschlagen. Ich hab schon mitbekommen, dass Petit mir das eine oder andere plant, weil er irrelevant geworden ist und jetzt wieder sch*** bauen muss. Petit will gemovt werden, Leute. Sollen wir mit Petit reden oder nicht, was sagt ihr? Ja, 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 doch, nein, 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 nur reden, nein, nein, ja, nur reden, nicht mehr. Okay, ja, Leute, ich glaub, kurz mit dem reden können wir ja, das kriegen wir ja hin. Komm, wir gehen mal ganz kurz auf TeamSpeak. Wir machen das Ganze spannend, wir reden nur, wir reden nur, mehr machen wir nicht, okay? Was? Junge, was? Wie, ich wollte einfach nur mit dir reden. Alter, bist du sch***, warte mal. Bist du laut? Ja, warte, ich mach dich anders. Ich mach mich einfach leiser. Ne, ich hab alles gemacht, alles gut. So, du Kachin, wie kann ich dir Gutes tun? Gutes? Indem ich deine Stimme einfach höre. Sehr schön. Ähm, Petit, ich hab mir wieder verschiedenste Sachen anhören müssen hier. Was, gar nicht? Erstmal, dass du hier die Cactus-Farm von Trimax sprengen möchtest. Das hab ich niemals gesagt. Sand für Trimax, wer hat diese Sandburg hier hingesetzt? Ich weiß es nicht, ich hab die auch gesehen. Ähm. Erstmal, wer petzt das überhaupt? Wer ist so schlecht und petzt das? Wie? Also, gibst du mir recht, wenn du sagst, petzen. Nein, äh, guck mal, was soll, ähm, hm. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Petit, warum? Ist das hier oben dein Grundstück auf dem Berg mit diesen Wassermelonen und hier so ein graues Bett und hier so Brücken auf dem Berg? Ja, warum? Pass auf, äh, ich dachte mir, ähm, ich wiesel mich hier bei dir. Nein, du kannst hier nicht wohnen, hier ist kein Platz mehr. Aber der ganze Berg hier ist mir, Alter. Geh da hinten hin, da. Was? Da, geh da rüber. Zeig mir wo. Ja, da vorne, da, in die Richtung. Da, neben Romatra irgendwo. Oder hier, guck mal, da, hier, hier gegenüber irgendwo. Du kannst hier nicht bei mir wohnen. Nein, nicht, guck mal, nicht direkt bei dir. Ich hab auch ehrlich gesagt gar keinen Bock, dass du hier überhaupt in der Nähe bist. Ah, ich will schlafen. Ich schlaf ja schon. Nein, du, da, hey, raus, geh raus, mein Bett. Nein. Doch, geh raus. Ja, komm, fass mal jetzt hier bitte ab, Alter. Ich will mal in Horst bauen. Weil ich, weil ich keinen Turn habe, dass du jetzt hier rumgammelst, Alter. Hä, was ist denn los? Ne, ich hab da keinen Bock drauf. Die böse gemeinte, aber, ne, ist, einfach, einfach, muss jetzt nicht sein, so, weißt du? Wir, wir chillen hier oben, so alles cool. Also, jetzt auf diese ernste Schiene. Ja, nicht auf, nicht auf komplett böse, aber, weißt du, guck mal, ich will hier einfach mal in Sch*** machen, weißt du? Guck mal, die Sonne, du bist hier. Okay, krass. Guck mal, hier, hier ist ja irgendwo noch in der Nähe voll viel Platz, Alter. Guck mal, da drüben zum Beispiel, da, wenn du da rüber gehst, weißt du? Auf die andere Seite. Man, Chat, ich bring Petrin nicht um, entspannt euch mal bitte. Hey, ganz ruhig, Alter, ich hab noch nichts gemacht. Also, ich werde auch nichts machen in Zukunft. Aber du hast leckere Karotten, kann ich welche von denen haben? Nein. Warum nicht? Weil das meine halt sind, Alter. Jetzt macht euch den, wir kennen schon so lange, wir können eine Karotte geben. Ja, wir können handeln, wir können handeln. Ein Stack, zwei Dears. Komm, wir machen einen Handel. Ein Stack, äh, Karotten. Ja, zwei Dears. Von allem, was du hast, so, zehn Kartoffeln, zehn Möhren, bisschen Wassermelone, so, alles so. Mach mir so einen Mix, so, weißt du? So einen kleinen Korb. Okay, aber dann, nein, 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 dann krieg ich mehr. Dafür krieg ich dann mehr. Bruder, du denkst, ich bin reich, Digga? Ich hab, guck mal, Digga. Wie viele Dears hast du? Ich hab nicht viel. Sag. Bruder, es läuft halt nicht mehr, ich hab wirklich wenig. Wie viele Diamanten hast du? Drei. Drei? Hast du nicht? Ich hab drei Diamanten. Okay, dann krieg ich alle drei. Nein, das ist frech, leider nicht frech. Ich bin nicht frech, ich muss handeln. Wir sind eine Handelsgilde. Handelsgilde? Bist du jetzt ein WoW oder was? Chill mal, Alter. Chat schreibt, du hast 18 Diamanten, du hast mich angelogen, warum? Ich hab neun Diamanten. Petrit, gib mir fünf Dears. Warum fünf? Du bist voll frech, Alter. Benimm dich doch mal. Guck mal, du kriegst Starter-Kit von mir, Alter. Starter-Kit? Das ist ein Starter-Kit. Guck mir nicht, dass ich bei Subway arbeite, seid ruhig. Guck mir auch nicht, wo du arbeitest, gib mir zehn, komm. Nein, nein. Fünf, wir einen sind auch vier. Nein, Revi, gönn doch bitte, ich bin ne arme Maus. Ich bin ne arme Maus, Revi. Mann, du hast 18 Diamanten, sagen alle, gib. Sei vernünftig und dann gebe ich dir. Sei vernünftig und mach jetzt keine frechen Musen. Okay. Vier Diamanten. Wie viele? Vier. Hat das ja echt nen Korb gemacht. Vier Diamanten jetzt. Okay. Ist das dein Ernst? Petrit? Guck mal. Du, Aua, Digga, warum hast du so nen Crossbow, Alter? Weißt du, wie viel Schaden der macht, ne? Drei. Bruder, ich hab, Bruder, ich hab, äh, Scharpen ist fünf. Petri, ich sehe, dass dein Schwert überhaupt nicht verzaubert ist, du Bot. Das ist auch mein, das ist auch mein Finteschwert. Dein was? Sag das Wort nochmal. Nein. Sag nochmal Finteschwert? Nein, sag ich nicht. Petrit, gib mir jetzt bitte das, gib mir, was mir zusteht. Sag mir erst mal, wie ich hier runterkomme. Wie ist der Weg, hier runter zu gehen? Nein, ich hab Angst. Ja, geradeaus runterspringen. In die Richtung. Nein. Springen da runter jetzt. Hier runter. Okay, warte, hier sind Diamanten, warte. Ich hab echt Angst vor dir, Digga. Ah, das hat echt geklappt. Danke für die, äh, für die Rohstoffe, Rewe. Keine Sorge, ich baue mein Haus bei dir. Mh, wirst du nicht machen. Warum werde ich nicht machen, Digga? Petri, guck mal. Was ist denn? Ich hab keinen Bock, dass es wieder so ein Craft-Attack wird, weißt du? Ich hab auch keine Lust, Digga. Das hat richtig Potenzial, dieses Craft-Attack. Ich will auch jetzt nicht diesen Modus machen. Ja, das machst du aber schon wieder. Merkst du doch, oder? Ich hab jetzt nur, Digga, ich hab 14 Kartoffeln, 10 Möhren. Ja, aber du hast den Handel. Du hast mich gescammt, Alter. Ja, dann komm und hol ich die Diamanten. Nein, du kommst und bringst mir die. Ähm, aber nicht jetzt. Doch, jetzt. Ich muss mich für meine Zuschauer produktiv jetzt so ein bisschen. Petri, du bringst mir jetzt diese Diamanten oder wir haben Ärger. Nein, wir haben jetzt keinen. Boah, Digga, es ist der zweite Tag, jetzt mach ich jetzt nicht den Modus. Nein, guck mal, wir haben sonst wirklich Ärger, Alter. Weißt du, was ich meine? Nein, nein. Ich geh jetzt meinen Weg. Ich möchte meinen Freiraumrahmen haben, Rewe. Okay, also möchtest du jetzt wirklich diesen... Wenn du den Armmann-Modus machst, dann mach ich den jetzt auch. Was für ein Armmann-Modus, Alter? Nichts. Handeln. Wir sind Freunde, Digga, was für Handeln, Alter. Bruder, guck mal, wenn du was von mir nimmst... Was bist du für ein Hund, Alter? Nein, 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 du kriegst ja Diamanten. Ich hab ja gesagt, du kriegst Diamanten, hol sie dir. Petrit, ich hol sie mir nicht, Digga, du gibst mir die jetzt. Ich komm jetzt runter zu dir, warte. Ich wollte eigentlich hochkommen. Ja, ich komm jetzt runter. Okay. Petrit, ich schwör dir, guck mal, ich hab... Ich schreibe, Leute, du willst mich killen. Nein, mein Chat schreibt die ganze Zeit, ich soll dich töten. Achso. Ich hab aber keinen Bock, dass du wieder irgendwelche Faxen machst, Alter. Ich muss nur ganz kurz was erledigen, dann können wir das machen. Lass mir nur ganz kurz was erledigen, was sehr, sehr wichtig ist. Okay, ähm, ich komm wieder zurück. Mit reichlich, ähm, Ressourcen für den Handel, die du dir auch verdient hast. Wo hast du geklaut? Ich hab nix geklaut, oder? Wo hast du geklaut? Ich hab nix geklaut, Chat, ey. Ich hab nix geklaut. Bei wem hat er geklaut, Leute, bei wem? Guck mal, die wüssten, die werden... Bei wem hat er geklaut? Die werden denen keine Antwort geben können, weil es stimmt nicht. Wo sind deine Sachen? Tja, das wüsste ich auch gern. Petrit, wo sind deine Sachen? Im Reich der Undringlichkeit. Wo sind deine Sachen, Alter? Da kommst du nicht hin, Digga. In einer Parallelwelt. Wo sind deine Sachen, Petrit? Ich weiß es nicht. Kombiniere eins mit eins. Ich war im Neta. Wo können die sein? Ja, im Neta. Wo genau? Im Reich. Im Reich der Kiften. Petrit, kannst du aufhören, Digga. Ich bring dich jetzt um. Wenn du so ein Wort sagst, töd ich dich wirklich. Ich schwör, du kotzt mich so an, Alter. Halt's auf, Digga. Mann, fass jetzt ab, Alter. Hau ab jetzt. Ja, hier. Petrit. Da handeln kann ich stattfinden, weil... Ne, hör auf mit diesem mächtigen Bogen, ob ich so schieße. Petrit, ich schwör... Ich klatsch dich gleich wirklich weg. Ich mein's ernst. Ich geb dir jetzt eine Möglichkeit. Pass auf, wir machen das jetzt so. Du verpissst dich jetzt, okay? Verpiss dich von allem, was uns gehört. Verpiss dich von den Grundstücken. Was? Ich hab keinen Bock auf dich so rumgetrolle, Alter. Ich sag's jetzt freundlich. Geh, such dir dein eigenes Grundstück, was relativ weit weg von mir ist, Junge. Und dann sind wir fein, okay? Dann kannst du mich als Nachbar gerne besuchen kommen. Aber ich möchte, dass du einen Mindestabstand von 50 Blöcken zu mir hebst. Nein, mehr. 100. Wenn du anfängst, Petrit, über, unter oder neben meinem Haus irgendwas zu bauen, wo es in Sichtweite ist, ich hab da keinen Bock drauf, okay? Fang nicht wieder an mit irgendwelcher Sch*** aus. Ich baue einen Turm, wie ist das? Nein, was? Was? Tut mir leid. Ich wurde gerade interrupted von meinem Bruder. Manager. Das ist gleich Bruder. Manager, halt dein Maul, Alter. Manager für einen, der einmal im Jahr streamt, Alter. Ey, hör auf, ich arbeite bei Subway. Lass mich. Mein Gott, Digga. Ich bin auf YouTube nicht mehr angemiedet. Ich hab das schon gehört, wie lustig, dass es alle sagen, so, Petrit will dich verarschen. Er arbeitet jetzt bei Subway. Ja, es ist nicht witzig. Es juckt mich nicht. Selbst wenn du bei Subway arbeitest, Alter, dann wünsche ich dir da ein schönes Leben, Junge. Oha, Digga. Warum bist du jetzt so persönlich? Warum bin ich so persönlich? Ich weiß nicht, warum du mich wieder abfuckst. Ich weiß nicht, wieso zu mir kommst du mich so abfuckst. Hey, ich wollte einfach nur mein Haus bauen. Ja, aber nicht bei mir, Alter. Ja, ich baue nicht mehr bei dir. Ich halte dir mein Wort. Sind wir jetzt fein? Alles gut? Alles gut. Spark, möchtest du gerade sagen, Petrit macht Probleme? Den Mendingbelächer zu entführen. Mehrfach? Ja. Hat nicht geklappt. Hat nicht da rausgekriegt. Aber er hat mir ein Boot gesetzt und dann hat er es offen gelassen, dass er jederzeit so ein Zombie reinlatschen kann und es wieder abgehauen. Hätte ich das nicht gesehen, wäre der vielleicht abgekippt worden. Also schau, warte. Das Wissen hatte ich nicht, dass das passiert. Du hattest nicht das Wissen, dass Zombies Village dann hinterher rennen? Ja, wusste ich wirklich nicht. Nur, ich habe keine Ahnung von Minecraft. Petrit, ich weiß, dass du das weißt. Ich will jetzt nicht schwören. Den Village, auf den wir gestern die ganze Zeit hingearbeitet haben. Stell dir vor, der wäre jetzt draufgegangen. Ja, dann wäre schade. Ich zitiere mal ganz kurz Petrit aus dem Teamstick, der sich gerade vergessen hat zu muten. Oh Leute, wenn ich das gleich mache, die bringen mich um, die hassen mich alle. Ey, warte. Also Max, guck mal Max, 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 schau. Ich habe dich vorher gewarnt. Ich hatte eben mit Petrit auch schon mega clinch, weil er sich hier oben hat gesagt, er will hier oben ein Haus bauen auf meinem Grundstück. Er hat mich wieder mega abgefuckt auf seiner Dummheitsbasis, Alter. Jetzt hat er mich die ganze Zeit vollgehabt, er kriegt morgen eigentlich seinen deutschen Pass. Super schön für ihn, wir freuen uns alle. Ja, ganz toll. Petrit, nee, pass mal auf, Alter. Pass mal auf, das Ding ist, dass du jetzt mal chillen musst, okay? Du musst jetzt mal anfangen, wirklich zu chillen, okay? Max, wir müssen ein Auge auf ihn machen, wir müssen wirklich ein Auge auf ihn machen, Alter. Wir müssen ein Auge behalten. Ja, der hat der Tromatra getötet und er hat mich versucht zu töten, aber durch meine unglaublich krassen Mechanics konnte ich den Sturz abfangen. Mechanics? Ich bin im Wasser gelandet. Achso, okay. Ich bin im Wasser gelandet, als wäre ich auch tot gewesen. Das war ein Attentat. So, ich komme jetzt in die Stadt. Nein, Alter. Ey, Petrit, wenn du jetzt runter in die Stadt gehst, ich klatsche dich direkt. Ich meine es ernst, Alter, ich habe keinen Bock auf dich. Rewe, chill mal, chill mal. Ich mache gerade nur... Bro, ich bin gleich tot, chill mal bitte. Ich will nicht, dass du hier bist, geh weg. Ich gehe ja schon. Geh weg. Ich gehe schon. Rewe, dein Staff ist gleich fertig, da muss da nur noch Mending drauf. Das kannst du ja zur Not auch selbst machen, oder? Oh, chill doch mal, ich habe kaum ein Herz und kein Essen und so. Es reicht schon, mein Zustand ist allein schon Strafe genug. Hab jetzt, raus meiner Burg. Weiter weg. Weiter weg. Ich kann halt nicht schneller. Petrit, nee, in die Richtung da wohne ich. Ja. Öliboy, was machst du da? Ja, weg geht der Sch***. Rechts. Rechts. Petrit! Öliboy, hau ab jetzt, Mann. Hau ab jetzt, Alter, hau ab! Ja, soll ich? Ja, ich möchte gerne auf unser Angebot zurückgreifen. Junge, warum ist der wieder hier, Alter? Hau ab jetzt. Also, Leute, ich habe jetzt den Villager, ich kann den mit zwei Hits umbringen. Halt's Maul, was hast du? So, ich bin neben dem Villager jetzt. Bewegt euch nicht. Wenn ich euren Namen einmal sehe, ich bringe ihn weg. Ey, Petrit, Digga. Ich weiß, ob welche Konsequenzen hat. Wenn ihr mich vom Server-Band ist mir Sch*** egal. Petrit. Du machst, sag ich nicht vorher vom Server-Band? Ey, okay. Petrit, ist das gerade eine Geisel-Name? Ich bin gerade hier mit dem Villager. Warum? Was, 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 was denn denn da? Das ist der seltenste Villager, den es gibt. Den gab es noch nie. Ohne Glitz, der hat sich reingebohrt, ne? Ich weiß. Petrit, guck mal, du kommst hier hin und machst nur Sch***, Alter. Ich hab keinen Bock, dass du den Villager jetzt umbrichst. What the f***, Alter? Ich wurde gerade dreimal unnötig umgebracht. Du wurdest nicht umgebracht. Außerdem hat Jitam dir gesagt, verpiss dich, Alter. Wo bist du? Wo bist du? Ich mach das wirklich, ne? Ich bin, ich hab... Ey, Petrit, Junge, guck mal, pass mal auf jetzt, Alter. Ich hab so den übsten Laden hier gebaut. Und er hat sich einfach hinten reingebrived. Verpiss dich jetzt, Petrit, raus hier. Nein. Raus, Alter. Wir brauchen die Level. Irgendwas, was diese 30 Level entschädigt. Wir können dir keine Level wiedergeben, Mann. Das, was du jetzt gerade machst, ist nicht im Verhältnis. Das ist ein Problem, was du jederzeit mit 5 Minuten... Hör mir zu, Petrit. Hey! Das kannst du mit 5 Minuten an der Farm stehen, kannst du das wiederhaben, ja? Entspann dich doch mal, Junge. What the f***, Alter. Da haben wir Stunden und Tage investiert, ja? Hey, Petrit, komm mal runter jetzt. Komm mal runter. Mach auf. Okay. Ey, warte, stopp. Hey, ey. Chill. Chill, chill, chill. Ich will nur gucken, dass du keine Scheiße machst, okay? Der hat auch nicht mehr viel Leben. Der ist schon zweimal zonifiziert worden, ne? Ja, einmal, ich weiß nicht. Einmal mit Samstag schon eingetötet. Mit Power 5, dann ist er weg. Petrit, was hast du davon, wenn du diesen Villager tötest? Sag's mir. Das ist Genugtuung für mich. Genugtuung für was? Guck mal, Spark hat damit nichts zu tun, Alter. Doch. Ihr habt selber... Rewe, hör auf. Ihr habt selber gesagt, ihr seid alle in einem Boot. Nein, sind wir nicht? Sind wir nicht? Doch, habt ihr gesagt. Das ist euer Dorf. Ey, Junge, ich... Da müsst ihr alle schluckstehen für alle aneinander. Keine Ahnung. Du wißt, was ich meine. Ja, aber du machst dir nur Ärger in unserem Dorf. Dann gib mir Dias irgendwas, was das entschädigt. Nein, Digga, wir lassen uns doch nicht erpressen, Alter. Du hast doch alles, Junge, what the fuck? Ja, ihr seid reich an Dias. Petrit, guck mal, du hast eine komplette Dierrüstung, alles. Wir lassen dich jetzt gehen und es ist vergessen, okay? Dann machen wir keinen Stress, Alter. Spark, du denkst jetzt dieses... Ich meine das ernst, ne? Ich meine das ernst, ich werde den... Ja, das ist okay, ich meine das auch im Ernst. Ey, Max, 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 Max. Ja? Was sagst du dazu? Geh, Max. Also, Öldi, wir sind ja rum mit dir. Oh, Max, 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 mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß, Max, mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß. Richard. Ich will den jetzt, Max hat hier gebaut. Max, bau nicht. So, jetzt ist er... Hey! Nein, nein, nicht vorne aufkommen. Hör mal auf, Petrit. Nein, 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 er hat einen Hit bekommen, er hat einen Hit bekommen, er hat einen Hit bekommen. Ich würde nichts machen jetzt, ich würde nichts machen. Nein, nein, hör doch mal auf, hier vorne aufzumachen. Der kommt raus, wenn der rausläuft, ist es auch vorbei. Reef joined the game. Petrit, bitte hör auf. Gib mir einfach einen halben Stack Dias, dann gehe ich. Halben Stack Dias? Jungs, bist du geisteskrank, Alter? Ich habe fünf Dias bisher. Ich habe dir übertrieben viel heute gegeben, damit du dir das Equipment, was du jetzt hast, machen kannst. Und jetzt willst du mit dem Equipment uns in den Rücken fallen. Du bist der richtige, du bist der größte Ein- und Dreißiger. Warum drehst du das jetzt einfach so? Ja, weil das... Ich drehe nicht, ich habe dir heute Dias gegeben. Stimmt das? Warte, warte, Spark, Spark, warte. Nein, 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 wir sind raus. Spark, warte. Nein! So, jetzt zuschlagen, jetzt zuschlagen, 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 zuschlagen. Ich habe den Villager gerettet. Ich kann nicht kämpfen, ich bin nicht PvP. Zuschlagen, zuschlagen. Klappst du, klappst du. Ich kann nicht kämpfen. Bin tot. Was? Töne ihn, schnell. Ich bin gestorben, ich war Level 29. Ja, damit ist Petrit vogelfrei. Okay, Spark, fang den Villager wieder ein, Spark, fang den Villager wieder ein. Wir hatten Petrit. Im Dorf, in der Höhle, im Dorf, in der Höhle. Early Boy, komm, let's go, let's go, let's go. Petrit, ich schwöre dir, Mann gegen Mann, komm. Mann gegen Mann, ich werde... Digga, du Mann, niemals. Hä? Wo sind meine ganzen Sachen hin? Max, die hat Petrit, die hat Petrit, ich klatsch ihn jetzt. Ich klatsch ihn jetzt. Ey, Petrit, schnoll, den musst du killen, der hat eine ganz krasse Schaufel. Töne ihn. Geh mal Korts, schnell. Korts? Korts, Jungs. Ihr seid so... Loo, Alter! Ja, jetzt wir Bogen machen müssen, Petrit. Er ist schon tot, er ist schon tot, er ist schon tot. Ja, Petrit, jetzt kriegt Trimax das alles, ne? Wenn du mir das... Der, Bro... Ich meine das ernst, ich gebe das Trimax. Also, Spark, es tut mir leid. Spark, es, gib mir... Petrit ist wieder auf dem Weg zu unserem Dorf, ne? Zum Villager. Nur damit ihr Bescheid wisst. Max, ich mache da die ganze Kostos-Farm. Okay. Ich gehe einfach in jede Kiste mal reingucken, um sich irgendwas zu holen. Spark, ey, ich werde hier gerade gemobbt des Todes. Das ist das Minus. Knädig hin. Was kriege ich da? Knädig hin. Was kriege ich da? Kein Kopfschuss. Knädig hin. Und jetzt Wimmer. Und entschuldige dich. Was ist denn, der Quidd? Max? So, Leute, wir checken jetzt nochmal ganz kurz hier zu guter Letzt aus, was ich hier gebaut habe, Leute. Und gucken mal ganz aus, wie das aussieht hier vom Spawn aus. Dieser verfallene Burgturm mit dem modernen Element ist einfach nur architektonisch gesehen ein Meisterwerk. Unfassbar, oder, Spark, was ich hier wieder baue, ne? Versucht mal, versucht mal wirklich eine Burgruine mit modernen Elementen zu kombinieren. Das hat noch niemand gemacht, Spark. Weißt du, was ich meine? Passt auf. Wir gehen jetzt mal ganz kurz hier hin. Üff, Kaffa Layla, Leute. Ich schwöre, es sieht Baba aus. Wenn da oben eine ganze Burg steht mit diesen modernen Elementen drin, Alter. Das ist auf jeden Fall extrem heiß. Schaut mal hier, Leute. Ist ja auf jeden Fall auf anderer Basis sexuell, Alter. Schaut mal hier, Leute. Sieht das nicht geil aus, Mann? Sieht das nicht geil aus, Leute? Schaut mal hier. Dieser zerfallene Burgturm, der wird noch ein bisschen konkretisiert, Mann. Mega, mega nice, Alter, wirklich. Ich bin mega, mega happy damit. Krankgeile Nummer, ehrlich. Krankgeil. Baut das hier oben ab, dann kannst du hier schon schön durchbauen. Alter, ihr habt alle voll so die Streamer-Stimmen. Ich zock sonst immer nur mit Revi. Halt's Maul. Was soll denn das, Alter? Digga, meine Stimme ist die angenehmste von allen, du Bot. Kack, Max, Alter. Was ist denn alle Streamer-Stimmen? Oh, nein. Ich werde attackt. What the f***, Alter. Ging sehr schnell, ne? Bam, 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 bam. So, Leute. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier Schluss machen an der Stelle. Krank, Mann, was hier abging. Küsse, Küsse, Küsse. Und wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Macht's gut, Leute. Hier, earlyboy, 5000 Zuschauer. Ich bin raus. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Liebe geht raus. Tschüsschen.